Der NRW Deluxe Berufscheck, präsentiert vom Praktikumskreisel. Fisch in verschiedenen Variationen. Das gibt es in der Fischfachküche von Schelte in Solingen. Stefan und Patrick Schelte haben vor zwölf Jahren das Geschäft übernommen. Im Moment arbeiten dort fünf Mitarbeiter. Mitarbeiter und Chefs haben Spaß an und bei der Arbeit. Das Besondere ist, dass man unheimlich kreativ sein kann. Man muss sich immer einstellen, darauf einstellen, was möchte der Gast für ein Essen haben, wie kann ich was Neues entwickeln, welche Produkte passen zusammen. Das ist das Positive an dem Beruf. Man kann sich entfalten, wenn man die Chance bekommt dazu in der Küche von seinem Chef. Und so kann man wirklich sehr viele Sachen machen. Aber bis die Fischgerichte auf dem Tisch stehen, dauert es noch etwas. In der Vorbereitung überlegt man sich natürlich mehrere Tage, was passt zusammen, was kann man machen. Dann wird das ausprobiert. Das kann schon mal von einem Tag bis zu einer Woche dauern, bis ein Gericht fertig steht. Stefan Schelte ist gelernter Koch. Auf seiner Karte steht alles von Räucherspezialitäten bis Kaviar. Die Auswahl an Fisch ist riesig. Er liebt den Kontakt zu den Gästen, denn dann kommen die Ideen von alleine. Ganz unterschiedlich. Manchmal Gäste, die neue Ideen haben, die sagen, probiert das doch mal aus. Oder man liest viel Zeitungen, man guckt sich Kochbücher an. Aber man guckt, wenn man in der Küche steht, dass man einfach versucht, immer das und das könnte gut zusammenschmecken. Lass uns das doch mal probieren. Die Auszeichnung zu den besten Fischgeschäften in Deutschland zu gehören, ist vielleicht ein weiterer Motivationspunkt. Fisch ist eben nicht nur Fisch. Fisch ist eben nicht nur Fisch.